Hallo an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel, es ist der 25. August und wir haben 16.31 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. In diesem Film geht es um den Standpour 500, habe ich schon eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Vor euch liegt der Chart, eine Kerze, ein Tag. Und was sofort auffällt ist, All-Time-High. Ja, bumm, All-Time-High. Heute, hier und jetzt, unverändert, minus 0,03%. Deswegen traue ich mich auch noch zeitlich, diesen Film zu machen. Mal schauen, wo uns der Knabe hinbringt. All-Time-High. Das ist schon irre. Man muss Folgendes wissen, dass momentan geht in Amerika die Geschichte rum des Aktiensplits. In Deutschland war das mal so Ende der 90er, da waren es allerdings die sogenannten Spin-Offs. Wenn da irgendeine, wir waren in der Hosse-Phase, wenn dann irgendeine Firma gesagt hat, wir machen einen Spin-Off von irgendeinem Teilbereich, dann hat das allein schon die Aussage gereicht, um den Kurs deutlich nach oben zu bringen. Und genau das Gleiche ist jetzt in Amerika mit den Aktiensplits. Es ist so, die Amerikaner haben ein anderes Bezugsverhältnis zu Aktien als wir in Deutschland. In Europa sind dafür, die Holländer, habe ich auch nicht geglaubt, ist aber so. Aber die Amerikaner, die machen von Geburt ihrer Kinder an Sparpläne, Sparpläne, Sparpläne. Es ist unglaublich. So, eine Apple mit 500 Dollar in Sparplan zu packen, ist relativ gering. Also die Chance, wenn das so ein, was weiß ich, 50 Dollar Sparplan ist. Das ist nicht so toll. Deswegen kommt es denen zu Pass und auf einmal können sich die Leute auch wieder eine ganze Apple-Aktie leisten. Das ist eigentlich der Hintergrund und dann kaufen die das auch wieder. Das ist also momentan, wenn irgendeine Firma sagt, Aktiensplit, ist das mehr oder weniger ein Gewinngarant, zumindest für die nächsten 5 bis 10 Prozent für die Aktie. In der Phase sind wir momentan. Der Stand-Bur macht es wunderbar vor. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Splits da waren, aber es ist schon eine Menge. Und 3.429,30 momentan. Ganz ehrlich, ich habe kein sinnvolles Verkaufssignal. Fangen wir hier oben an. Die Bänder sind eng, es geht immer noch nach oben. Deswegen ist die Volatilität insgesamt, die implizite auch relativ gering. Wir sind deutlich über 10, deutlich über 20, deutlich über der 200-Tage-Linie. Trendfolge komplett in Ordnung, darf man nicht meckern. Der Trendfolge MACD ist relativ neutral. Da gibt es kein neues griffiges Signal. Was ein bisschen negativ wirkt, ist hier eine negative Divergenz in der Stochastik. Hier war der Kurs, hier ist die Stochastik im Hoch. Jetzt steigt der Kurs höher, aber die Technik kommt nicht mehr mit. Da spricht man von negativer Divergenz. Die ist noch nicht ausgeprägt. Die wird in dem Moment ausgeprägt sein, wenn die beiden Linien sich hier schneiden. Aber sie ist zumindest auf der Beachtungsliste oder Beobachtungsliste. Wenn ich jetzt der Meinung wäre, der Markt geht hoch, muss ich mir irgendwo eine Basis finden für meine Scheine. Ich blende die Scheine schon mal ein. Und eigentlich ist hier der Bereich der letzten Unterstützung. So ganz grob 3.200. Das letzte Verlaufstief. Deswegen habe ich mich für diesen Schein hier entschieden. Das sind 3.145er. Liegt also rund 55 Punkte drunter. Und das ist von Goldman ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC965U. Das ist ein 12er Hebel. Das ist moderat, finde ich. Also für Deringwarte sehr moderat. Und jetzt schauen wir mal nach dem Put. Und da muss ich also auch mit dem 12er Hebel, bin ich schon deutlich weiter weg, 3.717. Und das wäre die Kennnummer GB6RJZ. Das sind die beiden Scheine. Ja, negativ würde ich erst, wenn wir die 3.200 unterbieten mit Schlusskurs. Im Moment muss ich noch positiv sein. Ich habe diese Divergenz auf meiner Liste, würde aber aufgrund dessen keine Position abschließen. Noch nicht. Also im Moment ist der noch im Lauf und ich sehe da noch nichts Negatives. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.